Das wurde von Generationen weitergereicht. Es ist jetzt an der Zeit, ich kann dir nicht mehr viel beibringen. Brenne mit beiden Augen ein Loch in das Ziel. Du wirst weniger nachdenken müssen und mehr fokussieren. Geht die Hand nicht an die Backe, ist der Schuster meistens kacke. Du brauchst Konzentration. Du musst zäh sein. Ausdauer, Gleichgewicht. Nur die Klügsten schaffen alle Stationen. Nicht treffen ist eigentlich gar nicht so schlimm. Schlimm ist, du hast keine Ausreden. Das ist das heilige Buch der Ausreden. Ich kenne alle Ausreden in dem Buch. Deswegen denke ich einfach, es ist an der Zeit, es dir zu überreichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020